Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Runde von Dickele mit mir, dem Kingsplay. Seid gegrüßt, ich beginne heute extra mal ein wenig sachte, sanft, ruhig, besinnlich. Nachdem ich euch so gnadenlos mein Abo-Special ins Gesicht gedrückt habe, es tut mir leid. Aber Spaß macht's. Zum Kauf. Ja, nochmal so eine Runde zur Erklärung. Ihr wisst ja, das ist ein Aufnahmesession, also ich bin jetzt schon seit die letzten zwei Aufnahmesession. Also ich hab da ein paar Runden, hatte ich auch schon angekündigt, dabei. Ich kann da immer eher schlechter noch auf Kommentare eingehen. Ich seh grad, wieso hängt die Gilde? Ihr habt's gesehen, das war ein kleiner Hacker. Ich hab bei der Gilde jederzeit Angst, dass ein Bug zuschlägt. Die Frame-Point-Zahl sinkt gerade massiv. Jetzt wieder hoch. Ich hab Angst. Die Gilde! Was soll das? Mir ist wieder ein Angestellter verstorben. Die guten, die guten Leute. Es trifft sie immer zuerst. Zammert, der heißt Zammert. Zammert, der blöd oder was? Die Gilde hat gerade irgendeine Probleme. Es hängt einfach. Es sind so krasse Frame-Rate-Einbrüche, wobei ich mich frage, warum? Ich hab grad Angst um das Spiel. Ich hoffe, es bricht nicht. Aber ich mach grad mal ganz sachte extra. Ich mach nicht 10.000 Mal klicken. Ich befürchte, dass es damit vielleicht zusammenhängen kann. Ja, was hängt das Klicken zusammen mit der Frame-Rate? Ja, ja. Je schneller man hier spielt, hin und her macht, zack, 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 zack. Und dann machst du einfach mal so schnell hin und her. Zwei, drei Sekunden. Reicht aus. Und dann guckst du mal am Taskmanager. Oh, plötzlich. Ja, die CPU-Zahl. Also alles so ein bisschen erarbeitet. Kann ich nur empfehlen. Das bestätigt. Jede Bewegung. Jede Reaktion. Kann. Was verursachen. Can. 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 Jetzt auch, es hackt. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum. Der Rechner rennt, hat nichts im Hintergrund. X0. Ah, nein. Meine Diebe, was macht ihr denn? So. Diebe. 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 So, der ist voll. Aber trotzdem. Dann kann er den Kampf dann einfach nochmal machen, ne? So. Oh, nö, ne? Beim Arbeitsunfall. Ähm. Personalbuch. Einstellen. Aber zacki. Wie ist da auch niemand. Der soll doch einstellen, Mensch. Alter. Ach, hier ist gar kein, ne? Ach, der ist vielleicht verstorben und deswegen ist da eine... Ah. Scheiße. Der Meister stellt sich in einem eurer Betriebe vor. Ein neuer Arbeiter kommt zu... Ein Meisterbrief. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Ich komme mal gerade. Darum können wir jetzt nicht eher... Darum können wir jetzt nicht eher... So, darf Karren kaufen, darf. So muss es doch da stehen, er darf. So, wieder mal ein Verkaufsniveau ein bisschen besser. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Ach, meine Herstellung. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. So. Das Training ist abgeschlossen. Japp, finde ich nicht. Da muss noch ein bisschen was ran. Okay. Arbeiter sei krank. Geld, 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 Geld. Money, money, money. Meine Schenke müsste auch bald fertig sein. Ihr seht es hinten schon. Ja, zack, da ist der nächste Dachbalken. Ein Dachbalken theoretisch fehlt noch. Ich habe einen Gerichtstermin. Oh, so schön. Ihr seid ein Visionär. Mal wieder. Ich habe das Gefühl, dass Visionäre irgendwie nicht so beliebt sind in dieser Stadt. Das Gebäude müsste wenigstens noch aber auch halbwegs fertig werden. Mein Palazzo muss renoviert werden. Oh, ich muss so viel Geld reinstecken für eine Renovierung. Ich meine, bei der Größe ist ja auch kein Wunder, aber... Es zieht halt einfach alles, ne? So, ich wollte ihn hier befördern. Dank mal. Ein Landsitz. Da hat er anscheinend auch noch so viel Geld wie ich. Gucken wir auch gleich mal, wer das war. Und dann beide trainieren hier mal so. Ja, darfst du. Was ist denn hier jetzt noch ein Landsitz? War alles egal. Ich gucke gleich mal rum. Erstmal. Widi, 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 widi. So, dann gucken wir mal rum. Wo ist denn hier Landsitz? Da oben. Ey, da wollte ich doch hinbauen. Landsitzgeld macht glücklich. Also die Entwickler, die das produziert haben, von Newwatchen eingestellt haben. Ganz ähnlich. Daumen hoch. Ich habe Angst. Ach, das kann man was. Ja, den kann man ja fast ein bisschen vernachlässigen. Die Wahl ist entschieden. Hör gut, hör gut, liebe Leute. Oh, äh. Ach, scheiße, Anne Cantino, das ist doch meine Frau, ne? Man sollte schon wissen, wie seine Frau heißt. Ich gucke gleich nochmal, aber ja, das ist die doch. Das ist doch die alte, da war doch mal eine Frau, oder was? Scheiße, es tut mir leid. 21 Punkte, da war doch damals mal Grenze bei 20. Bürgermeister. Oh, sauber. Stichhaltige Argumente verbessert. Eure Fähigkeit ist okay. Eure Fähigkeit ist okay. Sackrate echt. Wenn keiner Kedit nimmt, muss ich mit den Dingern runtergehen, ganz ehrlich. Ich glaube, das war wieder mein Lieblings-Gitarren-Äh, mein Lieblings-Solo-Stück gleich. Geige. Gleich. Jetzt gleich. Ja. Legendär. Einfach legendär. Wie aus Herr der Ringe. Wie aus Herr der Ringe in der traurigsten Situation. Irgendjemand stirbt. Die haben ja Neuseeland gedreht, wenn ich das richtig weiß. Jetzt, gerade bei der Musik, gehen wir vor, wie sie aus Teil 2 kamen, wie sie durch die Berge rennen. Mach mal Augen zu jetzt. Stell dir diese großen, riesigen Berge vor. Fast ein bisschen voll Eis. Riesenflüsse, Landschaften, alles. Ein bisschen Bäume an den Flüssen entlang. Mittendrin Gollum. Mein Scherz. Entschuldigung. Aber ernsthaft. Das ist das, was den Spielen Seele verleiht. Entweder es kommt durch Zufall rein oder nicht. Aber ganz ehrlich, danke, Gülde. Danke, Joghurt. Danke. Vielen, vielen Dank. Traumhaft. Und das habe ich von sehr, sehr vielen, die zum einen das hier schauen. Auch da haben wir 10.000 Mal Danke sagen. Das meine ich auch wirklich von ernst nicht. Danke, dass ihr schaut. Ich meine es noch einfach, wie es ist. Nicht wie es andere machen. Danke, danke. Ich nehme es hin. Ich freue mich. Und wenn ich nachher... Ich sage es mal übertrieben. Wirklich übertrieben. Nicht, ne? Wenn man so 50.000 Abonnenten hat. Das ist eine Zahl. Das ist keine Zahl. Das ist... Das ist riesig. Das ist unglaublich. Ich würde mich über jeden weiteren Einzelnen freuen. Über Kommentare. Ich würde immer noch... Gut, dann halt möglichst bemüht sein. Alles irgendwie zu bearbeiten. Zu kommentieren. Zu helfen. Zu... Auf Wünsche sowieso eingehen. Das ist das Erste. Ach, das wäre so schön. Es gibt kaum noch Menschen, die sagen, und die wirklich sich da reinsteigern und das schön finden. Und genau dafür, das machen das Hobby. Das ist so voll aus ihm. So oft. Ach, ist das schön. Ich finde so... Ach, herrlich. Ganz ehrlich. Ich bin schuldig. Kommen wir nun zur Urteilsfindung. Schuldig. Ach, nee, 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 nee. Ich bin wieder so nett. Ich habe mir nur einen Titel entzogen. Das ist noch nett. Eine Gedichtslesung. Ihr könnt jetzt so einige Zeit in Brauereien Norddeutsche Hansestädte verbringen und mit diesem Wissen einen gehaltsen... Norddeutsche Hansestädte! Norddeutsche Hansestädte! Und jetzt wird ihr immer schön hier soffen. Hm. Gottesacker. Da ist noch ein Land, sitze ich jetzt erst. Alter. Die gehen gut ab. Ich aber auch. Die Burg ist so krass. Und das Schloss erst gleich. Was ist das für eine Horrormusik im Hintergrund? Ich wollte sagen, jetzt geht die Gilde ganz ab. Jetzt kommen Musikstücke, die ich aber noch nie gehört habe. In all den Jahren. Das Nachtwetter in der Gasse begegnet. Na ja. Ist nicht egal. So. Förder. Dann muss ich mal Hause befinden. Ach so, ja. So, Mädels. Dann gucken wir mal schnell hier rein. Neuer Arbeiter. Da haben wir ihn. Du da. 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 Kampf. Training ist abgeschlossen. Uh. Lauter Wechsel. Dann macht ihr nochmal Kampf, weil das bringt euch jetzt nichts mittags loszuschicken. Yeah. Yeah. Die Schenke ist fertig. Ich baue erstmal an, bevor ich reingehe. Ich brauche euch das Recht, um einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid verköstiger. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke gezeichnet. Die Vereinigung gegen die Sperrstunde. Die Vereinigung gegen die Sperrstunde. Ihr habt soeben ein neues Gebäude erwähnt. Aber jetzt gehen wir das erste Mal in die Schenke. Unser Wirtshaus. Wirtshaus. Wie der das noch ist. Ein langer Tisch. Ein bisschen Spieltisch. Wir erweitern gleich. Die Baureierlaubnis. Höheres Prozent. 50 Prozent höheres Gästeaufkommen. Her damit. Offenes Feuer. Mehr Gäste. Eisengeschirr. Mehr Gäste. Lederschühle. Mehr Gäste. Her damit. Ich möchte gleich hinten in den Personalraum, wo gearbeitet wird. Dann da möchte ich. Ein Weinregal. Produktiver. Und die Bauanlage. Ohne Bauanlage. Wird er da nichts. Personal. Lohnniveau. So. Wir müssen besser verdienen als normal. Das auf jeden Fall. Das ist bei meinem Personal in Ordnung. So. Und Karren sollte auch die Besten bekommen. Ja. Zwei Stück bitte. Arbeiter kommen zu euch. Ich gucke mal gerade produzieren. Wie kann ich dann produzieren? Braun und Brenn. Was brauchen wir? Roggen und Gerste. Roggen und Gerste. Roggen und Gerste. Dann. Ich kümmer mich jetzt mal selbst drum. Handelsroute. Marktplatz. Weitere Optionen. Regelmäßig. Weiter. Ziel. Marktplatz. Öh. Okay. Ich will keine melden, wenn er da ist. Ja, oder fährt er? Die Kutsche. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Ach, unser Land sitzt bald fertig. Die Schenke ist fertig. Wir sind 1037 Dynastie-Punkte. Also einfach nur die Grundpunktzahl, wie wir vor den anderen sind. So, die Einfriedung ist fertig. Wir können hier erweitern, damit wir mehr Schutz haben. Die Dornhecker. Die Fenstergitter. Brauereierlaubnis hängt da oben. Nicht sichtbar. Zeigen. Offenes Feuer. Wo haben wir das? Da. Sehr schön. Eisengeschirr. Eine Erweiterung in 800 Gäude wurde hinzugefügt. Und mein Regal. Das ist hinten wahrscheinlich. Ja. So, mein Wagen ist angekommen. Nee, der ist aber gleich da. Einer eurer Konkurrenten hat ein neues Gebäude. Ja, ne Villa. Ne Villa, aber das ist schon ne Villa. Mein Landsitz. Unser. So, da ist der Karren. Äh. Da. Wie, hier nicht? Oder so ein Bug. Hier sind doch drei Dinge eigentlich. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Okay. So, Brenner sind dann fertig. Arbeit ist erkrankt. Alter, was ich jetzt, 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 jetzt hab ich zu tun. Das muss ich mal gestehen. Jetzt kommt eins nach dem anderen. Zum Markt. Das soll auch nochmal rumkaufen gehen. Die Bauanlage ist fertig geworden. Ich meine, die sieht aus wie, wie hängende Säcke hier. Die Farbe, also die Gestaltung ist echt nah. Es geht nur so in dieser Position. Sieht sehr lustig aus. Ah, ein Spieltisch können wir nehmen. Gut, dann können wir nicht mehr. Silbergeschirr, höheres Gästeaufkommen, Einzeltische. 80% Unfallschutzboni für Angestellte. Genauso ist das an jeder Stühle. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach, ist das herrlich. Eins nach dem anderen. Es wächst und gedeiht. Der Karren ist angekommen in der Schenke. Dann geht's gleich los. Siehst du, die Arbeiter sind schon weg. Der Dornheck ist auch fertig. Ich guck gerade mal nur nochmal zur Sicherheit. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Ach, komm her. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Ich sollte verhandeln mal machen. Ich depp. Wo kann ich denn Verhandlungskunst da zeigen? Das wird sehr interessant. Zack. Bam. Wumms. Befördert. Erstmal Glückwunsch. Komm, du sagst, hä? Soll ich irgendwo einbrechen? Dann checken wir schon mal gleich los. Die auch allesamt. Gibt es Arbeit? Rudolf ist wieder nicht da. Schnipp, schnapp. Beutel ab. Ja, es ist brav. Schnipp, schnapp. Beutel ab. Hey, ist das ja die Arbeit ist das jetzt. Gott sei Dank muss man die Diebe immer noch ein paar Mal losschicken. Also war es. Um Gottes Willen. Zack. Zack. Die alte Stück. 10.000. Oh, immerhin. So, der Marktkarten ist angekommen. Gerste kaufen. Roggen müssen wir mehr kaufen. Meine Schenkel. Kurz Pause. Guck mal, unser Landsitz. 99% sind das, glaube ich. Ich glaube, das ist... Ich habe mich wieder nicht bestochen. Oh nein, jetzt Bürgermeister, Bürgermeister. Das ist doch der Job, den ich immer mochte. Aber ich darf mich selbst bewerben. Und die kann man sich auch. Aber wie toll ist das denn? Bitte wählt mich. Bitte wählt mich. Bitte. Ich habe noch ganz gute Lebensdauer, sehe ich gerade eigentlich so, theoretisch. Ja, bitte. 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 Nein. Nein. Oh. Yes. Bürgermeister, Bürgermeister, Bürgermeister. Yes. 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 Congratulations. Ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln. Ein wenig steigern können. Übt nachgiebig weiter. Dann werdet ihr... Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. In eurem Schankbetrieb mangelt es an Speis und Trank. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. So. Eine Erweiterung. Das ist über Geschirr. Jemand bietet euch ein... Wollen wir mal gar nicht mehr wieder bewerben? Amtsübersicht. Da. Bürgermeister, Bürgermeister, Bürgermeister. Das bin ich, die Gildensteuer? Nee. Bürgermeister, habt ihr das Privileg und die Pflicht für den Bau folgender städtischen Einrichtung? Unterkünfte der Arbeiter und der Kerker. Das gefällt mir. So, Kerker-Option. Neue Räume errichten. Eine Folterkammer. Ja, her damit. Dann gehen wir jetzt mal in den Kerker. Ich gucke mal, was ich hier... Ihr wisst, ich bin ein Bau-Junkie. Ein Upgrade-Junkie. Waschschlüssel. 10% Verbesserung der Gesundheit. Ja, Mensch. Bin zwar auch kein Fan von den ganzen Gefängnis-Inhaftierten. Aber... Da ist keine Zeit überlegt. Gut. Und den städtischen Bau. Arbeiterhaus. Wo kann ich denn hier noch ein Arbeiterhaus hinsetzen? Da oben ist nur Luft. Ja. Ich kann mir das Stadtkasse dann auch noch bauen. Wie schön. Zwischen meinen Gebäuden. Da oben. Da kann noch was hin. Da kann noch was hin. Eure Bettler kehren zurück. 57 Hasen? Jo. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Yes. Guckt mal. Ihr seht schon das Schloss auf der Karte. Guckt mal, wie riesig das schon ist. Jau. Jau. Ach, pass auf. Oh, jetzt geht los. Jetzt. 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 Oh, das Schloss. Mit dem riesen Kanonenturm. Jetzt wird angebot. Jetzt wird neue Räume. Geheimkabinett. Habt ihr Zugriff auf die hinterherrlichsten aller Maßnahmen? Könnt ihr Beweise gegen einen Konkurrenten fälschen und sogar einen Attentat anheuern? Machen wir. Anbauen. Ich möchte erstmal drinnen anbauen, weil das kostet mir schon auch wieder Wasserpfeife. Damit er zufriedener ist. Alte Kippersau. Fadenkreuz, Zielgenauigkeit, Melonitenladung, 40% Kanonenreichweite, sauber. Dreifachkanone, Alter. Soll ich mich jetzt mal wieder losschicken zur Arbeit? Entschuldigung. Ihr Pfeifen hier. Soll ich mich jetzt mal wieder losschicken, was du hast? Soll ich mich jetzt mal wieder losschicken, was du hast? Äh? Ja, meinst du? Ja, meinst du? Ja, meinst du? Ja, meinst du? Cool. Upsst. So. Theater, das gibt ja meine Punkte. Herb. Also ich muss meine Punkte dazu hergeben. Soll ich mal, Stromberg, Studium. Bei Nacht und Nebel und Verhandeln. Wenn er Sieder ist. Naja gut, dann hätte ich mal vorher drauf gucken sollen. Ich ne Depp. Auch in Nacht und Nebel ja gar nicht. So, noch ein paar Hütten noch. Mal sehen, ob wir irgendwo dazwischen passen. Kann ich mein Arbeiterhaus eigentlich gleich mal hinsetzen. Hier sind 17.000 bei einer Pachtversteigerung. Boden und Pacht. Endlich ist mir das Glück hold. Eine Erweiterung in einem Mäuergebäude wird Ihnen zugefügt. Die Folterkammer ist fertig geworden. Hahahaha. Hör ich so schnell alles ausgebaut. 100% Wahrscheinlichkeit eines Geständnisses. 100% Wahrscheinlichkeit eines Geständnisses im Käfig. Falsche Essen mit... Na, hier wird ja... Hier ist ja... Hier ist ja Hardcore. Hier wird's... Dominiert. Da bringe ich dann nochmal so ein, das Wort. Dominiert. So, nee, du trainierst. Ich lasse dich mal schön hier, du kleiner Saft. Sack. Soll ich irgendwo einbrechen? So, andere Diebesgilde. Die sind alle außer Haus. Sauber, die trainieren. Ist ja irgendwo ein Ansteller gestorben vorhin. Erweiterung in einem Mäuergebäude wurde hinzugefügt. Die sind auch wahrscheinlich zu jung allesamt, ja. Hm, Entschuldigung, dass ich immer so schnell durchgehen muss. Das Geheimkabinett ist fertig. Aha. Flöten, ja, das sind die anderen da. Das sind die anderen Flötenjungs. So, das Geheimkabinett. Kann ich mich nicht dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Nie. Das sagt mir wiederum was vom Aussehen her, aber das sieht eigentlich schon bald aus wie so ein... In manchen alten Gebäuden, wie Bürgermeisterräume. Spür und Ausscheiden. Hierbei, wie intensiv auch Atemläder nach gegnerischen Spürungen suchen sollen. Das ist natürlich teuer, aber es lohnt sich. Jemanden vergiften lassen. Beweise fälschen. Schwere des Verbrechens kann ich auch. Das ist total krass. Wen wollt ihr lehnen? Alter, wie krank ist das denn? Ich brauche mehr Angestellte, das geht mir zu langsam. Aber ich kann nicht. Da seht ihr, der Karren hat drei Plätze. Da, ein, zwei, drei. Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Passt auf. Da. Wie viel hier gebaut wird, wegen mir jetzt. Türen. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Das Fadenkreuz. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Okay, was haben wir? Ja, und spüren wir mal ein bisschen vor. Da haben wir wieder Großes vollbracht. Große Gebäude sind das Bürgermeister. Ihr seht die ganzen Arbeiterhäuser, die ich hier baue. Da darf ich euch sagen, ich baue die. Ich bin Bürgermeister. Dank euch. Und der anderen. So, dann haben wir das. Schick mir schon mal los. Das hört sich auf jeden einzelnen an. So schnell, wie er sich runterschiebt, die er hält. Halt die Pfeife ruf. Nur einer. Super. Jo, das war's. Feueramt. Für heute. Jetzt ist Schluss. Die schicken wir nicht mehr los, sonst kommt da nichts. Obwohl... Ach, ich kann jetzt... Ach, ist das herrlich. Bürgermeister. So viele Gebäude. Ein Schloss. Ein Palazzo. Drei Tiefesbild. Eine Bank. Ein Schaustellenlager. Eine kleine Schenkel. Hier haben wir die Steuereintreiberin. Ekelfrodi's. Langmäßig dann auf die Kleinen sind im Endeffekt. So, dann haben wir noch die nächsten. Guck mal mal... Achso, ich liebe die. Die liegt ja gar nicht. Ah. Shit. Ach, ja, liebe Leute. Der Nürnberger Ringwall wird vollendet. Aber nun besitzt die Stadt eine beinahe unüberwindliche Verteidigungsanlage gegen Angriffe von außen. Und das ist auch schön so. Friedrich der Vierte von Österreich wird als Friedrich der Dritte in Rom zum Kaiser gekrönt. Ach, ja, ihr verfügt über 26 Aktionspunkte. Ich muss mal austesten, wie viel es gehen kann. Oder wie viel. Na, schauen wir mal. Ich sage an dieser Stelle mal ganz kurz vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich erwähne mal nach der letzten Abo-Special-Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich doch. Nein, wenn es euch gefallen hat, vielleicht einen Daumen hoch, würde mich freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr sagt, Ereignisse in diesem Spiel so ein bisschen herausstechen. Alles verkaufen, Scheiße bauen, die ganze Stadt haben, aufkaufen und so weiter. Gebt mir Ziele und dann schauen wir mal, was weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde.